Moderne Kunst polarisiert. Manchmal, weil sie provoziert, häufiger, weil sie ratlos macht. Woran liegt das bloß? Es fordert natürlich eine gewisse Arbeit, es fordert eine gewisse Mühe. Wenn Sie irgendwo reinkommen und Sie würden alles sofort verstehen, dann würde ich sagen, da bin ich skeptisch, ob das dann wirklich noch Kunst ist, die irgendeine Aussage hat. Weil jedes Kunstwerk will ja irgendwie herausfordern, es will etwas Besonderes sein. Und jede Kunst in ihrer Zeit war auch etwas Besonderes, war eine gewisse Herausforderung vom Künstler an den Betrachter. Was will uns der Künstler damit sagen? Auch die Besucher der Stuttgarter Staatsgalerie bringen diese Frage gelegentlich ins Grübeln. Ich möchte was auf dem Bild erkennen können und nicht sagen, interpretieren, das ist das oder das. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den Dali nehme oder sowas, da kann ich was erkennen auf dem Bild. Aber manchmal sind so Sachen einfach nur so Farbklecksel, das ist für mich persönlich keine Kunst. Also es gibt schon Künstler, da brauche ich ein bisschen länger. Es gibt natürlich schon Künstler, wo der Zugang zu ihnen über ihre Bilder länger dauert, auch ein bisschen schwieriger ist. Das ist nicht eine Frage der Qualität. Wenn Sie eine Arbeit nehmen, wie die Arbeit hier hinter mir aus den 50er Jahren von Günter Kirchberger, dann werden Sie sagen, ja, sowas sieht man heute doch vielleicht häufiger. Ich kenne auch jemanden, der sowas ähnliches macht. Dann muss ich aber sagen, es ist auch immer der Zeitkontext. In den 50er Jahren eine solche Arbeit zu machen, bedeutete etwas völlig anderes vor dem kunstgeschichtlichen und dem gesellschaftlichen Hintergrund der Zeit, als im Jahr 2010 sowas zu machen. Und Sie müssen die Kunstgeschichte im Hinterkopf haben, Sie müssen im Grunde auch wissen, was war davor in Deutschland. Was war die Reaktion dieser Künstler, warum haben sie so gemalt, warum wollten sie ausbrechen, wollten etwas völlig anderes machen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann wird man diese Arbeit in der Zeit wahrscheinlich sehr gut verstehen, sehr gut einordnen können und wird auch verstehen, warum es etwas völlig anderes ist, wenn ein junger Künstler im Jahr 2010 in dieser Art malen würde. Kann man moderne Kunst überhaupt verstehen? Glauben Sie doch nicht, dass Leute wie Michelangelo oder Leute, die sonst irgendwo große Kunst gemacht haben, die ersten Renaissance-Maler in Italien, dass die verstanden sind worden, also von der Bevölkerung, von den Auftraggebern schon, natürlich, aber von der Bevölkerung, vom großen Bevölkerung doch nicht. Schauen Sie doch heute, wer versteht moderne Kunst, wer versteht Leute wie Beuys, ohne dass sie vielleicht ein bisschen sich näher damit informieren. Oder die heutigen modernen Maler, wer versteht einen Richter? Jede Kunst sagt auch etwas über ihre Zeit aus. Beispielsweise die Arbeit hinter mir von Babak Seid hat natürlich einen sehr starken Gegenwartsbezug. Wenn Sie vielleicht in 40, 50 Jahren diese Arbeit sehen, werden Sie sagen, Mensch, war da nicht diese große Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 bis 2010? Und Sie werden dann vielleicht die ganzen Gedanken wieder im Hinterkopf haben, da ging es um Millionen, ging es um Milliarden. Und plötzlich wird so eine Arbeit sich ganz anders vor Ihrem Auge entwickeln. Und plötzlich wird die Frage, die sich mit so einer Arbeit verbindet, was bedeutet sie? Bedeutet das, der Künstler bereits millionärisch, wohl kaum? Bedeutet es vielleicht, ja, was bedeutet Reichtum überhaupt? Oder was bedeutet eine Million in der gegenwärtigen Zeit? Alle diese Fragen werden wieder kommen. Und deswegen ist das eine Arbeit, die natürlich auch einen starken Gegenwartsbezug hat, die was ganz anderes darstellt als Arbeit, als Frage, als Provokation, als Aufgabe an den Betrachter, wie wenn der Künstler sich jetzt hinsetzen würde, Pinsel und Leinwand nehmen und eine schöne Bodenseelandschaft malen. Gute Kunst ist zeitlos und hat immer seinen Wert. Egal, wie lange die Menschen leben, egal, ob sie nochmals in tausend Jahren gucken, sie sich in Dürer oder Michelangelo noch genauso haben.